Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder George, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz Chloes Puppentheater Peppa und ihre Familie besuchen Onkel Wutz, Tante Wutz und Cousine Chloe Wutz. Onkel Wutz schläft nach dem Essen bestimmt wieder ein, so wie immer. Papa Wutz, das solltest du über deinen eigenen Bruder nicht sagen, schon gar nicht vor den Kindern. Aber stimmt doch, Onkel Wutz isst immer zu viel und schläft danach ein. Danach schnarcht er laut etwas so. Peppa, Schorsch, vergesst, was ich gerade über Onkel Wutz gesagt habe. Ist gut, Papa. Peppa und ihre Familie sind bei Onkel und Tante Wutz zu Hause angekommen. Hallo Tante Wutz und Onkel Wutz. Hallo. Hallo zusammen. Hallo großer Bruder. Onkel Wutz ist Papa Wutz Bruder. Chloe Wutz ist Peppas und Schorschs Cousine. Hallo Chloe. Hallo Peppa, hallo Schorsch. Ich muss euch was zeigen. Warte auf uns. Das ist mein neues Puppentheater. Mein Papa hat es für mich gebaut. Boah. Ich habe schon zwei Puppen gebastelt. Diese hier heißt Chloe. Hallo, ich bin Chloe Wutz. Und das hier ist mein Papa, Onkel Wutz. Hallo Peppa, ich bin Onkel Wutz. Chloe, können ich und Schorsch auch eine Puppe basteln? Ja. Chloe malt der Puppe ein paar Augen. Darf ich den Mund malen? Ja, klar. Ich heiße Peppa. Schorsch, welche Puppe möchtest du denn haben? Sousier. Ein Dinosaurier? Für Schorsch ist einfach immer alles ein Sousier. Na gut, eine gruselige Saurierpuppe. Chloe bastelt Schorsch eine Saurierpuppe. Und noch spitze Zähne. Fertig. Ein gruseliger Saurier. Essen ist fertig. Wir kommen. Und nach dem Essen spielen wir Puppentheater. Hurra. Tante Wutz hat Spaghetti gekocht. Diese Spaghetti sind so lecker. Die besten Spaghetti überhaupt. Man merkt, dass ihr zwei Brüder seid. Ihr seid euch sehr ähnlich. Wie meint ihr das? Wir sind doch ganz verschieden. Peppa, Schorsch und ich spielen für euch gleich Puppentheater. Wunderbar. Ruft uns, wenn es so weit ist. Bis später. Ein Puppentheater, das klingt gut. Habe ich noch Zeit für ein bisschen Spaghetti? Bekomme ich auch noch welche. Gleich beginnt das Puppentheater. Hallo. Ich heiße Chloe. Und ich bin Peppa. Ah, ein Dinosaurier. Ein gruseliger Saurier. Wirklich. Das ist sehr gut. Bravo. Ich bin Onkel Wutz. Hallo Onkel Wutz. Hallo Peppa. Ho, ho, ho. Sieht wirklich aus wie du. Aber mein Bauch ist eigentlich nicht so dick. Ho, ho. Hat mir mein Essen geschmeckt. Onkel Wutz, schläfst du gleich wieder ein und schneichst so wie sonst immer? Wie meinst du das? Papa sagt, du schläfst ja immer ein und schneichst ganz laut, etwa so. Oh, ho, dein Papa hat recht. Ich schläfst ja wirklich immer so. Papa Wutz, du hättest das über Onkel Wutz nicht sagen dürfen. Ich glaube, Papa Wutz und Onkel Wutz können uns nicht hören. Papa Wutz und Onkel Wutz sind eingeschlafen. Man merkt, dass sie Brüder sind. Ist was passiert? Hat das Puppentheater schon angefangen? Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Gartenarbeit. Peppa und Schorsch spielen heute bei Oma und Opa Wutz. Opa, fang! Fang! Und wer ist das? Sousia. Ein Dinosaurier. Opa, was machst du gerade? Ich pflanze diese Samen ein. Und was passiert dann damit? Aus Samen werden Blumen. Ich buhre ein kleines Loch und lege den Samen rein. Dann decke ich Erde drüber und begieße sie. Jede Pflanze in meinem großen Garten stammt aus solchen kleinen Samen wie diesem. Etwa auch der Apfelbaum? Oh ja. Dieser kleine Samen wird zu einem kleinen Apfelbaum wie diesem. Und dieser kleine Apfelbaum wird zu einem großen Apfelbaum wie der da. Autsch! Und im Apfel sind noch mehr Samen drin. Für noch mehr Apfelbäume. Ganz genau. Opa, Opa! Ich will auch was pflanzen. Wie wäre es denn mit einem Erdbeersamen? Ja, fein! Aus diesem Samenkorn wird eines Tages eine schöne Erdbeerpflanze. Zuerst gräbst du ein Loch. Dann decke ich den Samen rein und decke Erde drauf. Soll ich ihn für dich gießen? Nein, nein. Ich will es machen. Gut. Und nun brauchen wir etwas Geduld. Es passiert überhaupt nichts. Du wirst mehr Geduld haben müssen, Pepper. Das dauert sehr lange, bis etwas wächst. Pepper, Schorsch, wir fahren nach Hause. Aber wir warten doch, bis meine Erdbeere herauskommt. Ich wollte doch Erdbeeren. Jetzt! Keine Sorge, Pepper. Beim nächsten Besuch wird das Pflänzchen etwas gewachsen sein. Und dann essen wir Erdbeeren. Genau. Komm schon, Pepper. Bis bald, Opa. Bis bald, Erdbeeren. Opa Wutz sorgt für Peppers Erdbeerpflanze. Nach einiger Zeit entdeckt Opa Wutz die ersten Blättchen. Tag für Tag wird die Pflanze größer und größer, bis Opa Wutz eines Tages eine Entdeckung macht. Erdbeeren. Opa, wir sind wieder da. Pepper und Schorsch sind sehr gespannt. Opa, Opa, ist schon was rausgekommen? Ja. Seht doch. Oh. Erdbeeren. Danke, Opa. Opa. Opa, können wir noch was pflanzen? Ja. Diesmal darf Schorsch sich was aussuchen. Ja, du suchst aus. Sag Karotten. Opa, ich glaube, Schorsch möchte Karotten. Schorsch, würdest du gern Karotten pflanzen? Nein. Was möchtest du denn sonst? Schorsch hat sich überlegt, was er anpflanzen will. Sousia. Schorsch will einen Dinosaurierbaum anpflanzen. Dummer, Schorsch. Saurier wachsen doch nicht an Bäumen. Sousia. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Gewitter. Es ist ein heißer, sonniger Tag. Peppa und Schorsch machen ein Picknick. Hier ist Orangensaft für dich, Teddy. Wie sagt man? Dankeschön, liebe Peppa. Oh, gern geschehen, lieber Teddy. So, und hier ist auch Orangensaft für dich, Sousia. Du musst jetzt Danke sagen. Brrrr. Oh, es war mir ein Vergnügen, Sousia. Möchte einer von euch vielleicht einen Keks kosten? Wir haben keinen Hunger. Äh, Peppa und Schorsch, ihr könnt die Kekse aufessen. Dankeschön, Teddy. Brrrr. Was war das für ein Geräusch? Peppa, Schorsch, schnell, kommt ins Haus. Mama, da hat was geknallt. Ja, das war Donner. Das heißt, dass gleich ein Gewitter kommt. Mit viel Regen. Schnell, rein ins Haus, bevor es regnet. Keine Panik. Der Regen ist noch ganz weit weg. Der Himmel wird immer dunkler. Gleich geht das Gewitter los. Brrrr. 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 Gut, der Dinosaurier ist in Sicherheit. Brrrr. Teddy, ich hab Teddy vergessen. Er wird ganz nass. Keine Sorge, Peppa, ich werde Teddy retten. Aber du musst dich beeilen. Es wird bestimmt gleich regnen. Ich kenne mich aus mit Gewitter. Ich hab noch viel Zeit. Brrrr. 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 Na also, es regnet noch lange nicht. Brrrr. 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 Armer Teddy. Er ist ganz nass. Guck. Ja, armer Teddy. Wir trocknen ihn ab. Armer Teddy. Brrrr. 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 Und schon ist dein Teddy wieder trocken. Brrrr. 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 Was sollen wir tun, Papa Wutz? Kein Problem. Und schon hat Papa Wutz eine Lösung gefunden. Sehr gut, Papa Wutz. Baby-Eier leicht. Ey, was? Schnell, es muss unbedingt noch ein Behälter her. Sehr gut, Peppa. Baby-Eier leicht. Mama, der Donner donnert aber laut. Aber du musst keine Angst vor dem Gewitter haben. Kommt, wir zählen die Sekunden zwischen Blitz und Donner. Je später es donnert, desto weiter weg ist das Gewitter. Eins, zwei, drei. Drei Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Sekunden. Das Gewitter verzieht sich schon. Und schon ist das Gewitter vorbei. Hurra! Nach dem Gewitter ist der ganze Garten voller Matschepfitzen. Peppa liebt es, durch Matschepfitzen zu springen. Ich mag Gewitter. Dann gibt's Matschepampe. Plitsch, platsch, plotsch, plitsch. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Meine Cousine. Peppa und Schorsch spielen im Garten. Zu mir, Schorsch. Du wirfst den Ball zu fest, Schorsch. Wenn du so wirfst, bin ich dran. Ich krieg den Ball. Gewonnen! Peppa, Schorsch. Heute kommt uns eure Cousine Chloé besuchen. Jippie, Cousine Chloé. Schorsch, Chloé ist groß, so wie ich. Also sei nicht traurig, wenn sie sagt, dass du zu klein zum Spielen bist. Hoho, ich bin sicher, dass Chloé mit euch beiden spielt. Chloé ist da. Tante Wutz bringt Chloé vorbei. Chloé ist die Cousine von Peppa und Schorsch. Sie ist ein bisschen älter als die beiden. Hallo, Chloé. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Dann bis später. Wollen wir jetzt was spielen? Ja, wir spielen Fangen. Peppa spielt gerne Fangen. Spielt ihr noch Fangen? Das ist doch ein Spiel für Babys. Ähm, wir spielen es noch, weil Schorsch es so gerne mag. Okay, spielen wir es für Schorsch. Spielst du nach echten Regeln oder nach Babyregeln? Echten Regeln. Los geht's. Peppa, du bist. Fang mich doch. Peppa ist dran. Sie muss Chloé und Schorsch fangen. Kriegst mich nicht. Schorsch, ich kann dich ganz leicht fangen. Du bist ja so klein. Das ist gemein. Du hilfst ja dem Schorsch. Weil er doch zu klein ist. Du bist doch groß. Nein, ja, bin ich auch. Ich bin genauso groß wie du. Dann komm schon, Peppa. Komm und fang uns doch. Ach, kriegst du uns nicht. Kriegst du uns ja gar nicht. Das macht keinen Spaß. Ich will was für Große. Okay, ich weiß ein gutes Spiel für große Kinder. Es heißt Schlauer Fuchs. Schlauer Fuchs. Als Fuchs bin ich ganz toll. Wie geht das? Einer von uns ist der schlaue Fuchs. Und die anderen schleichen sich an. Ich, ich, ich bin der schlaue Fuchs. Peppa ist der schlaue Fuchs. Solange sie wegschaut, schleichen sich die anderen an. Dreht sie sich um und einer bewegt sich noch, muss der zurück zum Start. Schorsch, du musst zurück. Du hast dich bewegt. Hab dich. Gewonnen. Ich war noch gar nicht so weit. Man darf aber losgehen, wann man will. Oder, Schorsch? Jetzt ist Chloe der schlaue Fuchs. Peppa und Schorsch müssen ganz still stehen. Peppa, du hast dich bewegt. Los, nochmal. Das ist gemein. Du guckst zu lange. Man darf aber genauso lange gucken, wie man will. Du musst zurück. Schorsch hat gewonnen. Können wir was anderes spielen? Ja, aber nur, wenn es kein Babyspiel ist. Genau. Wir spielen mein Lieblingsspiel. Willst du raten? Schorsch, hast du eine Ahnung, welches Spiel sie meint? Peppas Lieblingsspiel ist, durch Matschepfitzen zu hüpfen. Schorsch, wenn du Matsch herumspringst, musst du Gummistiefel anziehen. Ich hab auch ein paar Gummistiefel für dich, Chloe. Ich bin schon zu groß, um im Matsch rumzuhüpfen. Oh, genau wie ich. Schorsch liebt Matschepfitzen. Peppa ehrlich gesagt auch. Aber das mag sie nicht zugeben. Endlich mal wieder im Matsch rumhüpfen. Mama und Papa Wutz lieben Matschepfitzen. Sieht lustig aus. Ja, und wie. Das ist vielleicht ein Spiel, bei dem große Mädchen dringend mitmachen sollten. Ja, das glaub ich auch. Ich komme. Ich komme. Peppa und Chloe lieben Matschepfitzen. Alle lieben Matschepfitzen. Auch große Mädchen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Musikinstrumente. Mama und Papa Wutz sind gerade mit dem Hausputz fertig. Mama Wutz und ich haben was auf dem Dachboden entdeckt. Oh. Könnt ihr erraten, was drin ist? Hm. Nö. Sie ist voller Musikinstrumente. Boah. Sie sind ein bisschen alt und verstaubt. Hatschi. Auf der Geige habe ich gespielt, als ich noch klein war. Mama, kannst du uns was vorspielen? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ach bitte, Mama. Spiel doch mal. Hoffentlich kann ich es noch. Bravo. Mama, kann ich auch mal spielen? Du musst sie so halten. Okay, mache ich. Oh. Oh je. Peppas Geigenspiel klingt lausig. Schorsch will es auch mal versuchen. Du musst sie so halten, Schorsch. Das klingt auch nicht viel besser. Geige spielen ist viel zu schwer. Peppa, vielleicht klingt es auf dieser Trommel besser. Danke, Papa. Das klingt viel besser. Peppa spielt großartig. Wie schön. Ja, hört sich gut an. Da ist ja Papas altes Akkordeon. Das habe ich gespielt, als ich Mama kennengelernt habe. Oh, Papa Wutz. Ich kann mich gut erinnern. Schorsch will auch mal Akkordeon spielen. Bist du sicher? Akkordeon spielen ist sehr schwer. Schorsch, das Akkordeon ist fast so schwer zu spielen wie meine Trommel. Okay, Schorsch. Das Akkordeon ist wirklich sehr schwer zu spielen. Papa, welche anderen Instrumente sind da noch drin? Dieses Horn. Darf ich mal? Du musst feste pusten. Das klingt nicht so gut. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich konnte mal drauf spielen. Na, das klingt auch nicht besser. Ho, ho, ho. Dafür muss man wohl schon so stark und groß sein wie ich. Also das klingt überhaupt nicht gut. Peppa hat recht. Es geht wirklich überhaupt nicht. Macht nichts, Papa Wutz. Spiel weiter Akkordeon. Das machst du wunderbar. Ho, ho. Nein, ja, ich spiele es ganz gut. Auch wenn es eingebildet klingt. Und ich spiele meine Geige. Und ich spiele Trommel. Mama Wutz spielt Geige. Papa Wutz spielt Akkordeon. Peppa trommelt. Und Schorsch, was soll er spielen? Schorsch bläst das Horn. Mama hat es nicht geschafft. Und Papa hat es auch nicht geschafft. Nicht mal ich konnte das spielen. Aber Schorsch, der kriegt das hin. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Schweinchen in der Mitte. Schorsch spielt im Garten Ball. Peppa möchte auch gern spielen. Schorsch, du machst das ganz falsch. Guck, so wird man einen Ball. Und nicht so. So machst du das. Peppa kann ein ganz schön freches Schweinchen sein. Schorsch, komm zurück, du Babyschweinchen. Vielleicht treibt es Peppa ein bisschen zu arg mit Schorsch. Peppa, hast du Schorsch geärgert? Nicht in der Mitte. Nicht in echt, Mama. Ich bringe ihm nur bei, wie man fängt. Wirklich? Gut, ich kenne ein Spiel, bei dem man fangen lernen kann. Schweinchen in der Mitte. Peppa, du nimmst den Ball und gehst darüber. Und du, Schorsch, stellst dich hier hin. Gut. Ihr müsst jetzt den Ball einander zuwerfen. Und ich versuche ihn zu fangen. Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Mami, hier ist das Schweinchen in der Mitte. Fang, Schorsch. Oh, verpasst. Schorsch hat den Ball gefangen. Hurra. Prima, Schorsch. Nun wirf mal den Ball zu Peppa. Ups, nochmal. Oh, nochmal. Schorsch kann den Ball nicht an Mama Wutz vorbeiwerfen. Komm schon, Schorsch. Schorsch, wirf den Ball zu mir. Tumma, Schorsch. Das kann ich doch auch. Peppa möchte das auch mal ausprobieren. Aber sie ist zu groß und bleibt stecken. Ich hab den Ball. Peppa ist nun das Schweinchen in der Mitte. Schorsch, fang. Hurra. Hab ihn. Schorsch, du bist das Schweinchen. Schorsch, fang. Fang den Ball, Schorsch. Fang, Schorsch. Schorsch, fang. Hier ist der Ball, Schorsch. Schorsch. Oh je. Peppa, du sollst Schorsch nicht so ärgern. Entschuldigung, Schorsch Na, was macht ihr Schönes? Papa, Schorsch kann leider noch nicht Schweinchen in der Mitte spielen Oh, ich bin sicher, er schafft es Tut er eben gar nicht, Papa Guck Fang ihn, Schorsch Hurra Das ist unfair Ist es nicht Ich habe Schorsch nur etwas geholfen Mama, kannst du mir auch etwas helfen? Aber natürlich, Peppa Wirf her, Schorsch Fang doch, Schorsch Peppa spielt gerne Ball Schorsch spielt auch gerne Ball Alle spielen gerne Ball Geh, Geh, Geh